Ja, hallo! Heute zeige ich euch, wie man Formationsflüge herstellt. Und zwar geht ihr wie folgt vor. Ihr startet ganz normal einen FSX-Flug, so wie wenn ihr fliegen geht, ein Flughafen, ein Flugzeug. Ihr pausiert das Spiel, geht auf euren Desktop und startet das Formations-Setup-Tool. Dort stellt ihr dann alle Parameter ein, wählt wie viele Flugzeuge, bla 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 haben. Nun klickt ihr hier, auf FSX hinzufügen, auf OK. Wenn ihr da auf OK geklickt habt, lasst ihr das offen und öffnet wieder euer FSX. Das Spiel ist immer noch pausiert und jetzt seht ihr oben links, Simulator Adjust On, die Leiste oben, öffnet das und klickt da drauf. Wenn ihr das habt, seht ihr, die Flieger sind jetzt schon mal hier, wobei die starten noch nicht. Jetzt müsst ihr genau das gleiche nochmals machen. Klickt da oben drauf, Adjust On, Start Formation. Und dann löst ihr das OK, drückt den Kaus weg und ab geht's. Viel Spass, euer RC-Legend. Wow. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR